So, wir müssen jetzt schnell den picken. Einer von uns und dann... Noll. Noll. Boah. Boah. Ja. Nochmal 1 über 30 warten. Alter. Alle guten Dinge sind 3, oder? Ja. So, jetzt aber. Alter, sie verarschen hier. So, wir nehmen jetzt einen anderen Modus. Arena. Noco, kriegst du einen boost, kriegst du. Boah, das ist ja nice. Ja, ja. Ich bin großzügig. Soll ich jetzt mal hier gesündliche Truhen mal aufmachen? Alter. Wir warten. Ähm. Findet man hier keine Matches? Weiß ich nicht. Oh. Sorry. Ich wollte auf der Zurück den klicken und nicht aufs Queue verlassen. Auch gut angeordnet, dass man da aus Versehen draufklickt. Ja. Ich kauf grad hier alles leer. So. Der wird wahrscheinlich oben links stehen, oder? Oder muss ich ein J eingeben? Äh, ich spikuliere auf oben liegen. Alter. Kann nicht zufällig sein, dass man hier nicht mehr spielen kann. Also. Wenn es in einer Minute 30 wird nicht funktioniert, dann kann er auch abbrechen schon. Dann habe ich irgendwie keine Hoffnung mehr. Bin für Hera. Bin für Bastet. da. Und habe alles günstiger raus. Jetzt. Komm. Come on. Oh, das stimmt ja noch nicht. Ey, selbst hier krieg ich die XP-Booster. Wollen die mich verarschen? Oh lol. Läuft? Oh. Ich dachte, er sich hätte weggelegt. Danke dafür. Es kam genau in der Sekunde, wo ich auf den... Weißt du, es ist genau auf der gleichen Höhe, wo du was kaufen kannst. Das ist doch... Komm. Es tut mir leid schon. Das war jetzt nicht absichtlich. Ich komme einfach nach oben und sehe immer noch im zweistelligen 1000er-Bereich. Ja, bei wie viel bist du momentan? Ich bin jetzt bei 80.000 75. Jetzt. Oh. Wieso? Ja, ja. Okay. Dann sammert man so, ich bin bei der Hälfte. Weißt du, was geil wäre? Was? Wenn man... Wenn jetzt das alles auf deiner Festplatte gespeichert wird, du einfach in den Ordner gehst von diesem Test, die die Daten einfach kopierst, die man im Ordnern jetzt mal einfügen könntest. Ja, genau. Oh mein Gott, lass mich doch einfach direkt 40 Kisten auf einmal öffnen, ey. Jetzt muss ich 40 Mal, muss ich da draufklicken, damit ich die Items da rausbekomme. Ich muss aber sagen, ne? Alter, ist das dein Ernst? Ey, ich hab kurz bekommen. Okay, ein drittes. Sag doch mal jetzt. Nimm jetzt dein nächstes Mal an. Wenn ich keinen Bock hast, ne? Was brauchst du nur sagen. Wenn er gleich 10 Sekunden steht, dann sagt Leon Plick nicht mehr. Eras Ulysses, die Kisten könnte ich eigentlich aufmachen. Die 25% Rabatt macht eigentlich voll Sinn, auch wenn ich auf die Jams nicht mehr gucken muss. Obwohl, naja. Meins wird noch knapp. Ja, wird echt knapp, könnte sein. Mir fehlen noch knapp 200, 300, 350 und ich hab noch 37.000. Könnte echt knapp werden. So, und jetzt geht an, äh, an 241 Emotes. Nicht mehr klicken, nicht mehr klicken. Warte. Annehmen. Come on. Jetzt kann ich noch meine Kiste öffnen, ne? Weißt du. Okay, bitte funktionieren. Aber klick nicht oben links auf das X. Nein, nein, ich öffne euch auch nur die 2. So, komm. Also, ich glaub, da war es so hinkt, oder? Was ist denn hier los, ey? Da ist auf Twitter, ihr könnt ja auf den PTS testen. Ja, nix. Ich bekomm schon wieder, wofür bekomm ich 15 Gems? Und da ist die Battlepunkte. Da würde ich hier die ganze Zeit kein Spiel kommen, oder was? Was ist denn hier los? Kann man hier irgendwo sehen, wie viele Leute, gematcht sind? Vielleicht sollten wir mal re-loggen. Meinst du, das hilft? Nee. Nicht mehr klicken, ich weiß. Genau. Annehmen. Okay. Oh, Mann. Ich schätze, das ist so nah, wie ich nur rankomme an Jormung, Gander, Jormung, Gander. So, ich hab jetzt offiziell alle Skins von Apollo. Naja, außer die exklusiven. Ich nimm's zurück. Aber ich hab alle Skins von Kyusembo jetzt. Easy. Ich hatte die zwei vorher auch schon, aber... Du entkommst mir nicht, du rotierter Regenwurm. Dich werde ich noch spielen. Früher, später. Ich bekomm schon wieder in Jams. Ja, ist ja gut. Starstle. ...